Hallihallo, heute wieder ein Clip von mir mit Bindungsdafeln. Hier habe ich schon mal das Ergebnis von zugeteilten Bindungen. Ich verkleine jetzt und man sieht hier, welche Art von Bindungsstrukturen sich ergeben. Ich mache es noch mal kleiner. So, eine Vielzahl von Bindungen, Vorbindungen, Grundbindungen. Es ist ein Mehrgradkörper, einmal in Schuss, einmal in Kett. Wie ihr seht, habe ich hier wieder die Z- und S-Form verwendet. Diese eignen sich sehr gut für das Zusammenspiel ohne lange Bindungsflottierungen. Moment, ich gehe jetzt einmal auf den ersten Schritt zurück. Ich öffne das Bindungsstafel. Jetzt sieht man sie hier. Als nächstes, da ich eine 10-bindige Bindung Mehrgradkörper in Kette und Schuss habe, muss ich meine Bindungstafel jeweils um 10 vergrößern. Das ist der nächste Schritt. Hier habe ich meine Bindungstafel vergrößert ums 10-fache. Wenn ich hier jetzt mal die Bildgröße gehe, 8200. Ich gehe noch mal zurück. Die Bindungsstafel ist nur 820 auf 820. Okay, dann komme ich zur Farbveränderung, da ich dann später bei der Bindungszuordnung eine Kontrierfalbe noch benötige, um meine Bindungen nicht ineinander füllen zu können. Hier noch einmal die Schutzkörperbindung Mehrgrad in Z. Als nächstes drehe ich die Vorlage, um eine bessere scharfe Abbindung zu bekommen. Hier habe ich meine Kettbindung nun dazu gemacht. Wie ihr seht, ist hier eine scharfe Abbindung. Hier. Das ergibt sich eben jetzt nicht so, weil ich die Sachen nicht hundertprozentig aufeinander abgestimmt habe. Ich muss auch mal was zeigen, was nicht hundertprozentig ist. Okay, das wäre es für heute. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, Gute, Gute und bis zum nächsten Mal mit einer neuen Bindungstafel oder ich lasse mir etwas anders überlegen. Ciao, bis bald, euer Harry. Mal mit einem Film von Ferticy. Bis bald.